Wo ist der Raum? Da! Tarkan ist, äh warte, Dexido war der kleinste immer noch aufgehangen. Hab Yoshi und Julian hab ich irgendwie gleich hoch aufgehangen und Tarkan ist irgendwie ein bisschen kleiner als die zwei. Und ich müsste eigentlich der größte sein, glaube ich. Naja, weil Julian nicht eben gleich alt ist. Na warte, gleich hoch. Wenn es jetzt wirklich, wenn Tarkan kleiner ist als Julian und Yoshi, dann wäre das jetzt perfekt der größten... Warte, Shirdi ist nicht kleiner als... Ich bin auf jeden Fall größer als hier. Tarkan? Dexido war der kleinste, der wurde auf jeden Fall. Ja, Tarkan ist einer der größten. Leider. Was ich irgendwie nicht glaub. Ich auch nicht. Leute, knapp mal 1,90. Immer noch. Was ist? Shirdi? 1,90 also, knackte. Ich muss, glaube ich, als... David 1,96. Dexido 1,96. David war vor zwei Jahren schon 1,96, also GG. Oh, ich bin 14. Ähm, äh... Ja, der war 12. Dann hat er schon krankert. Nicht Krankheit, die ist zu groß. Ja, das stimmt aber auch. Schnellwüchsig. Ja, er ist wirklich zu groß. Er muss Antiwachstumspillen nehmen, also... Ja, er wird sich verstanden. Ich glaube, wir sind die einzigen, die gleichgroßen. er war sie kommt es durch einen Arm der Maul L1 Zentimeter wir sind bei einem 70 Prozent und wo ich hier habe ich auch nicht in der Bekunft war war da war ein Land ich habe mich hier auch sofort unter Beobachtung stehen ich durfte nicht so jetzt weil er sich nicht aber ja aber da hat man nicht hin nur doch doch wie die Kanin oder nur ja halt geht es wenn er hier so stehen da wir stehen bleiben gar nicht nur durch sein dass er jetzt recht und gut aber wenn ich muss ja an der Seite muss ja ums und drüben ob es Prozent Prozent der Wettbewerb die Klinik Prozent wieder schon wartet die Klinik hat erwartet nicht mehr auch erwarten alle drauf ein Jahrhundert auch auf der Ecke doch Ecke doch so rein jetzt die Schubserweinern in das Gefängnis Nürnberg Schatten ist ja wohl ein neuer Problem ich versuche gerade mal hier so auf die Mauer zu Ups ich bin ein Sitzig nicht darf Nein Ja ok Joschka Nein 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 Du bist die Karte ich mal springen du nun Adadadadam Was soll denn da das übergejumpt Nein Äh darf ich den Abschießen der Nerv Gut ich bin hier drauf ich bin der Beste Haaa Lula darf ich hier raus bitte ne Nö Du ist hier jetzt reingegangen guck mal wo ich bin und ich bin nicht ohne Jump kein Nürnberg gelbergeber Ist die Schild tot D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d aber im Kreis der Überblick und die Wurzeln in der Scherein geht und es schafft auch wieder raus der Champs-Bank der Tafel des Klausel mehr mehr dann zu sich den DT die Nürnberg und mehr als Mann Mieter Adel mal zum Beispiel der Bester eingefallen ob so die Schöne und die Töte das Spiel das ist wir haben aber der Karte für mich zu jemand und niemand ist auf deiner Seite außer ich und ich bin weg Tschüss Auf der stimmt Gamer Der schon los komm schon Gamer Hast du jetzt getötet? Oh ja Darf ich die Gelbe töten? Ja tödlich hast du Gelbe töten Da kann man durchschießen Ja da kann man durchschießen Hab Gelbe getötet Moment wo ist er wo ist er wo ist er gleiche? Warte Ja Ja Wo? Alter Er war innocent Der innocent von euch kann ja einen tipp Ich möchte gerne füllen Ich war innocent Grau innocent Scheine hilft nicht viel Yoshi Ich wusste es war deutlich Ich hab gesagt Du bist mir auf den Sack gegangen und Julian wollte mir nicht raushelfen Berliner Ich hab da nichts gemacht Geil ist das aber Ich hab da nichts gemacht Ja es ist nervig Ich hab da nichts gemacht Dirk zu sehr darauf konzentriert das noch umstehen bleibt ja ich würde auch stehen damit ich merken wo ich bin in der Welt auch immer so ich bin sie geht mich das an kurz das siebte er in dem einen Prozent ist es Haus den Mann dann nicht auf die Theke drauf kommt aber das liegt am Schott an mit der Lage auch nicht an die ganze Runde mal der Sedo ich habe und dann war so stark da kann man auch sagen und ich habe bei der die bekommen ja und zwar so in dem ich einen Muni Packet genommen und die langsam dahin geschoben hat aber aber in der preparing Zeit Gott sehen, der hat mich getroffen und ich habe mein Leben verloren OOOOOOOH EINER BIT Ja geil Hey warte wie benutzt man diese Räume hier Welche Räume? Dieser Gefrierfach Gefrierfach? Oh es geht nur das eine geht Ja ja komm schon Tarka das nervt Tarka Nein Nein Hi Leute Hi Hallo Ich bring dich auf Was? Hi Ah hallo Freches Gespräch Hey Achso ich trau dir nicht Ich trau dir nicht Ich trau dir nicht Ahhhh Das sind Gefrierfach Würde ich mal so annehmen Gefrierfach Wer jetzt jetzt? Ich weiß wie man ähm Nur eins geht Yoshi Ich weiß wie man leichter Ich weiß wie man leichter Hier habe ich versucht Was? Tauschen Julian Warte ich bin der Wumm Nee Ah Ah Seht ihr erst gemerkt dass du lieber bist? Wow Auch Levi ist tot Äh Yoshi ist tot Yoshi hat auch gesagt Hier liegen Leichen Ne eine Leiche Hier liegt eine Leiche Hier liegt eine Leiche Hier liegt eine Leiche Hier liegt eine Leiche von Yoshi Ich glaube entweder Ich habe seinen Job Cool Habe ich die haben? Jesus Ich will die Haaren töten Ich will die Haaren töten Ich will die Haaren töten Das ist die Haaren Julian 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 Shit Ich habe ihn Billy du bist es So Nee Nee Natürlich Ich habe ihn Ich habe ihn So ein Camper Nein Weil er sich da halt verkämt Komm her komm Nein Drei Muni Ich habe keine Muni mehr Drei Muni? Drei Muni? Drei Muni? Hottis Nein Dabdab Is correct Nee habe ich nicht Tut mir leid Shelly Ich bin ein bisschen äh Nicht so gut gewesen Nicht so gut Man habe mich daran getötet Ansonsten nichts gemacht Na ich habe nur Yoshio Ich habe nur Yoshio und Dexido getötet Na Wo ist eigentlich Dexido das gleiche? Achso Ich weiß auch nicht was für Dexido Ohi ist nach innen geflogen Jetzt ist die da? Er stand außen ist aber nach innen geflogen Mach eine Runde dann ist Pokémon vorbei Ja Diese Map ist scheiße Auf Dauern nervt die Auf Dauern nervt die einfach nur Oh Also ich finde sie zumindest ziemlich nett für die Silenced Sniper Ne ich meine sie nicht Oh hier liegt eine Pump Ich habe voll den coolen Trick herausgefunden Wie man nicht reinfällt Und trotzdem auf der unsichtbaren Wand gehen kann Indem man drauf balanciert Ja aber man muss erst mal abspringen Da hab ich grad FFS Ruckel legst Sag's So einfach drauf gehen So einfach drauf gehen Dann musst du unten die Linie folgen Und Yoshio wäre tot Sag an auch Dann musst du unten einfach der Linie folgen Ich hab gesagt dass du tot wärst Joshi wäre auch längst tot Er steht einfach still auf dem Fleck Und Dexido ist grad ihm gerade gelaufen tot Moment Äh hast du gerade schon Ne wir leben mal da Aber Shirdi hockt dort und sagt Ach so Ich dachte jetzt schon Du hättest sie alle getötet Alter Ich sag nur dass sie tot wären Er sagt so Tarkan wäre tot Und dann guck ich so Warte Und dann guck ich mich so um Und such so Tarkan Und denk so okay Ich hab nur so gehört Tarkan tot Joshi tot ist schon still Blablabla Und ich hab nur Okay Ich sag nur Es ist nur Das ist meiner Meinung nach Als ich unschuldig bin Ich hab mir doch immer Zu sagen dass ich unschuldig bin Ja das ist ne leider Da Gamer ist im Poker Center Nun Wo ist das Poker Center? Daxido Fickdash Nagan Fickdash Fickdash Ja ich lebe noch ja 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 ich lebe noch Ich kann dich nicht Ja in der Welt da können wir auf er wurde gerade warst wenn ich möchte ich aufnehmen wie immer sagen aber bisher der Kindheit ich bin nicht ich bin nicht dass man stimmt die Ehe ist also ja auch wenn er zu nacken er will er sagt ich habe immer angeschossen er will es im Nachhinein an die es rausgepiepst werden ihr habt ihr kommt so leid nicht erst einmal geschossen hier stehen immer kurz alle meinen dds es ist Shelly! 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 und es ist oben bei Melee Borte wo ist denn!? oh ich komme hier noch rein oh ich bin nicht tot oh ja nein ich war dir tut Ja! Shelly! Shelly! es ist ok danke für die genauigkeit Ich kann nicht treffen, Skills! Land, 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 land! Nein! Hm. Bitte! Farcan? Leute? Penis? Und, wo bist du mit deiner Sniper? Ja! Ich brauche! Ich bin gut, ich bin gut! Was? Es gibt jemanden! Ich binde! Ich bin auf Gurken auf例えば ja klater! Okay! Ich kann fünf individuals davon kennenlernen! Oder eine Bezuheilung! Was ich jederzeit gemacht habe? Schon im Rai, da ist wieder Alternativen. Ja! ich habe gerade solche legs ne ich kann irgendwie gar nicht aufnehmen